ja das ist die kiesada hier wird aber gerade so der weg das unbrauchbar sind ich im ganzen spiel hier außer wenn man natürlich pfeile machen will weil man ja so cool ist und bogen hat naja ich brauche das scheiß nicht ist auch wieder so spannend gerade ob ich schon voll da kann ich sagen was kann ich denn rausschmeißen hier kommt was war denn hier überhaupt lang hier war wohl mal ende das ist ja schon folgenlang her dauert ja auch nicht mehr so lange bis die hundertste folge rauskommt aber es wird halt noch ein wenig dauern mal sehen wann ich die denn schaffe hochzuladen mal sehen was ich da so machen kann denn hundertste folge ich meine es im jubiläum werde ich meine gedenktafel hier hinstellen einfach so ein neues schild aufschreiben hundert abonnenten hundert abonnenten hundert folgen tada fertig oder hat nein irgendwas anderes werde ich machen mal sehen klack so dann wollen wir hier noch ein bisschen weiter gucken ich weiß gar nicht was ich jetzt hier gucken ach kies ja und habe ich ja jetzt gesammelt eigentlich kann ich ja jetzt wieder umdrehen kies habe ich ja nur gesammelt schnipp so hier wieder über schick über die schlucht springen ach da war ja der wo wir redstone gefunden haben den ersten redstone was ich natürlich wieder nicht aufgenommen habe ja damals hatte ich noch die ganzen aufnahmeprobleme ja was heißt damals ist auch noch nicht so lange her aber bestimmt schon 20 folgen vielleicht mal sehen weiß ich nicht hier die creeper explosion mal hier der spinnenspawner drinnen und hier wieder bei uns am dingens mal aus so ei 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 so dann machen wir hier den kies nehmen ups so eigentlich müsste der scheiß das baum hier weg so dann wollen wir hier jetzt mal den kies hin setzen so ähm wie wollte ich das jetzt machen ach so wir haben hier holz so dann könnte ich doch machen 1 2 3 1 2 3 ja 1 2 3 1 2 3 so jetzt muss der scheiß baum hier weg ich gehe jetzt nach oben und mache mir die mühe den weg zu hacken du musst weichen baum du musst weichen baum du musst weichen baum oh so viel holz wie ich in den verschwendet habe hier in dieses baumhaus hier und das gute glas naja erstmal alles weghauen hier bevor man sich hier beschwert macht zack 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 Weil es kann ja auch ein bisschen gefährlicher werden, ne? Und das wollen wir ja natürlich nicht. Dass hier uns doch die ganze Welt um die Ohren fliegt. Oh. Das war wohl unsere Axt. Könnte ja hier mal... Ich baue mir nämlich gleich jetzt eine neue. Ich verstehe das Glas nicht. Hui. So. Dann wollen wir uns mal eine neue bauen. Was haben wir hier vorne, glaube ich? Haben wir hier eine Crafting-Selver drin? Ja. So. Zack. Eisen. Ich sagte Eisen. Verdammt. Das ist so gut gelaufen. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Eisen. Ich habe nur Schrott hier mit. Ach gut. Ich frage mich gleich drin. Das wird hier irgendwie vergammeln. Hoffe ich doch. So. Eisen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Äh. Kann man dafür rausschmeißen. Komm hier. Zack. Wiedersehen. Na, nun kommen. Auch wenn ihr jetzt nicht drauf geachtet habt. Äh. Auch nicht drauf geachtet. Also eigentlich. Ich hätte den Baum so oder so weggerissen. Ganz ehrlich. Ah, hier. Mal gucken. Wo hier noch überall Holz drin sitzt. Nur der eine. Gut. und plack. Und plack. Und alles weghauen. Und wenn wir den weghauen haben, dann können wir auch anfangen, äh, das Haus zu bauen. Und dann mal weiter sehen, was denn noch alles kommt hier. Na ja, wir sind ja gleich fertig. So. Das war das. Einer was aufnehmen? Ne. Gut. Und jetzt geht die Sonne schon wieder unter. Ich krieg hier nen Krampf. Das Gute ist, wir können die Farm bald ernten. Oh ja. Und dann können wir die wieder neu bepflanzen und so. Ach, komm. Heimisch, hast du ausgesperrt. Oh, komm. Es ist doch fast dunkel. Wir haben jetzt wirklich fast sämtliche Arten von Tieren hier. Hühner fehlen noch. Ist aber nicht schlimm. Weil wir brauchen keine, weil hier genug im Wald rumgeistern oder einen Sumpf da vorne hier, da so, da so, hier hinten. Na ja, werden wir sehen, was wir damit machen. Und wieder runter. Ein ganz normaler Arbeitstag. Und die Sonne geht aus. Zack, zack. Ja, das ist ja.